Hi ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder hier seid. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet bisher einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Es gibt jetzt heute meine Leseliste für den nächsten Monat, also für den November. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Im Moment lese ich nicht super wahnsinnig viel. Also ich lese schon noch, aber ich lese irgendwie nicht so viel wie vielleicht in den Monaten davor. Es liegt einfach daran, dass im Moment andere Sachen sehr meine Zeit einnehmen. Zum Beispiel unter anderem auch mein Schreibprojekt. Da habe ich im Moment immer so viele Ideen und es macht mir so viel Spaß, die mit einzubringen und ich habe da richtig, richtig, richtig viel Spaß dran. Und genau, ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir jetzt erstmal nur ein Buch vor für jede Woche. Das sollte ich ungefähr schaffen. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Ich habe euch ja öfter schon erzählt, dass man sich überhaupt keinen Stress und keinen Druck mitlesen machen sollte, weil es sollte einfach Spaß machen und nicht irgendwie in Stress halt ausatmen. Das wäre halt richtig schade. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir jetzt ein Buch für jede Woche vor ungefähr. Das sollte hinkommen. Eventuell lese ich auch so das ein oder andere, was neu erscheint im November. Da habe ich euch ja im letzten Video einige Neuerscheinungen zuvor gestellt. Auch eins, was ich auf jeden Fall vorhabe, dann im November direkt zu lesen. Das werde ich dann nämlich auch direkt lesen. Ja, aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach nach und nach die Bücher, die ich vorhabe, im November so zu lesen, die schon hier sind, die jetzt noch nicht irgendwie neu erscheinen im November. Aber ich lege jetzt einfach mal los und quatsche jetzt nicht schon wieder zu viel drumherum. Das erste Buch, was ich lesen möchte, ist Vicious Law von L.J. Sheen. Ich habe bisher noch überhaupt nichts von L.J. Sheen gelesen und ich höre immer so viel von ihr. Und die Autorin klingt auch immer, ja, also die Bücher klingen immer sehr interessant. Obwohl da, glaube ich, immer sehr die Meinungen teilweise auch auseinander gehen, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich dachte mir, ich starte einfach mal mit Vicious Love. Ich gucke dann, ob ich mit den Geschichten der Autorin warm werde, ob die was für mich sind. Und wenn halt nicht, dann lese ich halt nicht weiter. Und wenn mir das Buch gefällt, dann werde ich die nächsten Teile auf jeden Fall auch lesen. Ich bin sehr gespannt. Es geht hier um Emilia, die nach einigen Jahren Vicious wieder trifft, der mittlerweile ein erfolgreicher Anwalt geworden ist. Und früher war der wohl immer sehr gemein zu ihr und hat ihr mehr oder weniger das Leben zur Hölle gemacht. Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch so alles passiert. Ob er immer noch so gemein zu ihr ist oder nicht. Ob er sich verändert hat, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe halt, wie gesagt, einfach noch überhaupt nichts von L.J. Sheen gelesen. Und ich möchte unbedingt jetzt einfach mal was von ihr gelesen haben, einfach um zu verstehen, wie ihre Bücher so sind. Weil, wie gesagt, da die Meinungen auch sehr auseinander gehen. So kann ich mir auch einfach so ein bisschen mein eigenes Bild machen. Vielleicht wird es mir auch gefallen. Mal abwarten. Auf jeden Fall sehe ich besonders die Reihe einfach in wahnsinnig vielen Bücherregalen immer. Also auch bei Bookstagram oder so sehe ich sie oft, wenn irgendwelche ein Shelfie posten oder so. Dann sehe ich die echt schon öfters da in den ein oder anderen Regalen stehen. Weil dieser Buchrücken, der kommt mir auch immer sehr bekannt vor. Der sieht auch einfach sehr hübsch aus, finde ich. Also ich finde, der sieht schön aus, oder? Also wenn dann da die anderen Teile mit beistehen, sieht das schon sehr hübsch aus. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob mir die Geschichte gefallen wird. Wie gesagt, ich habe halt schon oft gehört, dass manche mögen die Geschichten sehr, manche eher nicht so. Ich weiß nicht, ob die... Die sind, glaube ich, auch teilweise... Ich weiß nicht, dass es nicht... Ich weiß nicht genau, ob es genau Dark Romans ist. Oder ob es in so eine Richtung von Dark Romans geht. Ich weiß es nicht genau. Falls ihr da mehr zu wissen schreibt, lasst mir sehr gerne in die Kommentare. Dann können sich auch die anderen vielleicht darüber informieren, falls ihr auch noch nicht zu der Reihe gehört habt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde sie auf jeden Fall, denke ich, im November lesen, weil ich da doch schon sehr neugierig drauf bin, was sich um die Reihe, wo es sich um die Reihe handelt und wie sie mir dann letztendlich gefallen wird. Ich bin sehr gespannt. Dann geht es weiter mit einem Reread. Und zwar ist das der erste Teil von Dark Elements. Den habe ich vor ein paar Jahren schon mal gelesen und dann habe ich die Reihe als Hörbuch weitergehört. Und jetzt habe ich mir gedacht, es erscheinen immer mehr Teile zu dem Spin-Off dazu. Also ich weiß nicht, ob mittlerweile schon drei Teile zu dem Spin-Off erschienen sind. Auf jeden Fall kann ich mich einfach an wahnsinnig viel nicht mehr erinnern. Und ich habe mir dann gedacht, ich möchte lieber vorher nochmal die ersten drei Teile lesen, bevor ich dann mit dem Spin-Off anfange, damit ich halt komplett alles weiß. Manchmal ist es beim Spin-Off ja schon ganz clever, wenn man vorher die Reihe gelesen hat, dann versteht man auf jeden Fall alles, auch wenn irgendwelche Andeutungen gemacht werden zu den vorherigen Teilen oder zu den Protagonisten halt auch aus den vorherigen Teilen oder man sie irgendwie wieder trifft oder so. Dann ist es ja auf jeden Fall eigentlich ganz sinnig, wenn man dann schon die andere Reihe auf jeden Fall gelesen hat. Hatte ich auch schon mal, aber ich kann mich, wie gesagt, an echt nicht mehr viel erinnern. Deswegen dachte ich mir, ich freshe mein Gedächtnis einfach mal ein bisschen auf und dann lese ich sie jetzt halt einfach nochmal. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Es geht um Leila, die bei den Wächtern aufgewachsen ist. Und die Wächter verwandeln sich nachts in Gargols, um Dämonen zu jagen. In Leila fließt aber unter anderem halt, also in Leila fließt halt auch dämonisches Blut so und sie kann halt dadurch mit nur einem Kuss einer Menschen die Seele rauben. Ja, und sie lernt dann Roth kennen und Roth ist auch ein Dämon, also ist ein Dämon und er veroffenbart ihr dann ein schreckliches Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. Ein schockierendes, nicht schreckliches, es ist ein schockierendes Geheimnis ihrer Herkunft, nicht ihrer Vergangenheit. Ihrer Herkunft, ja, also ich habe ein bisschen Quatsch gerade erzählt. Er offenbar hat ja ein schockierendes Geheimnis ihrer Herkunft. So, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Auch mal gucken, wie viel ich mich noch erinnern kann. Ich liebe einfach die Bücher von Jennifer Armstrong, die Autorin erschafft, immer so interessante und außergewöhnliche Protagonisten, finde ich. Also, ich sage nur Damon aus der Lux-Reihe oder Luke auch aus dem Spin-Off, auch von der Lux-Reihe. Die feiere ich so sehr, also die sind richtig, richtig interessante Protagonisten und ich mag auch Katie zum Beispiel aus der Lux-Reihe. Also, oder die auch, also, ja, es gibt immer sehr viele interessante und spannende Protagonisten, auch die auch immer eine sehr große Wandlung hinlegen, also sich einfach auch sehr entwickeln und so und deswegen freue ich mich da einfach sehr drauf. Ich bin dann gespannt, wie, ja, mir das nochmal bei Dark Elements dann auffallen wird, wenn ich sie dann jetzt nochmal lese, weil es ist ja halt einfach schon einige, einige Zeit her, dass ich es zum ersten Mal gelesen habe. Ja, weiter geht es mit einem neuen, also mit einem neuen, also mit einem weiteren Buch, und zwar von Nicola Hotel, It Was Always Love. Das ist der zweite Teil von einer Reihe, von einer Dialogie. Die hängen aber nicht zusammen, also hier geht es um andere Protagonisten. Der erste Teil heißt It Was Always You. Den habe ich damals gelesen, also dieses Jahr, weil ihr dafür beim Subvoting abgestimmt habt und ich war ja erst am überlegen, ob ich es aussortieren soll, weil es halt mehr oder weniger halt so eine Stiefgeschwister-Geschichte ist und ich eigentlich überhaupt keine Fan, also überhaupt kein Fan bin von Stiefgeschwister-Geschichten. Deswegen wusste ich erst nicht, soll ich es lesen oder soll ich es nicht lesen. Ja, und dann hattet ihr dafür abgestimmt und dann habe ich es gelesen und es hat mir echt gut gefallen, muss ich echt sagen. Also ich hatte den Buch ja irgendwie dann, ich glaube, vier Sternen, viereinhalb Sternen oder so gegeben, weil es mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ja, und jetzt bin ich dann sehr gespannt auf den zweiten Teil, den habe ich schon länger vorzulesen. Auf jeden Fall geht es da um Aubrey und um Noah und die kennt man halt auch einfach schon aus It Was Always You. Deswegen erzähle ich da jetzt euch nichts Näheres zu, falls ihr nachher doch eventuell ein klein wenig spoilern solltet. Deswegen bin ich da mal lieber leise. Ich möchte euch nämlich nicht spoilern. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf. Ich finde einfach die Bücher, also ich habe ja das It Was Always You schon gelesen und da war es auch so, und das ist hier bei dem Buch auch so, dass da Handlettering-Seiten drin sind und ich finde das immer so cool. Es sieht einfach so schön gestaltet aus und ich habe mich dann auch immer gefreut, bei dem ersten Teil immer, wenn ich es so durchgeblättert habe. Also ich habe gelesen, gelesen und dann kam so eine Handlettering-Seite. Das fand ich immer richtig schön. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie mir denn der zweite Teil hier gefallen wird. Ich habe ein paar Nachrichten von euch gelesen. Ein paar von euch haben mir mal geschrieben, dass sie den ersten Teil besser fanden und dann den zweiten nicht ganz so gut fanden wie den ersten Teil. Aber tatsächlich hat mir sogar ein paar von euch geschrieben, dass ihr den zweiten Teil hier viel besser fandet als den ersten Teil. Also mache ich mir da mein eigenes Bild. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin dann sehr gespannt und mag das Cover auch irgendwie total. Also ich finde, das sieht halt auch schon einfach so Handlettering-mäßig aus, oder? Also ich finde, das sieht auch richtig cool aus. Ja, ich freue mich auf jeden Fall da sehr drüber. So, und dann kommen wir jetzt zu dem letzten Buch auch schon und das ist ein Buch von Bridget C. Sherry, was ich noch nicht gelesen habe. Und zwar ist das Durch die kälteste Nacht. Und ich weiß gar nicht, ob man von der Reihe die Bücher unabhängig lesen kann oder ob sie eventuell spoilern könnten zu Protagonisten aus den vorherigen Men. Das ist aber, soweit ich weiß, der erste Teil. Aber wir haben ganz viele geschrieben, dass der zweite Teil noch viel, viel besser sein soll als hier der erste Teil. Also möchte ich aber trotzdem lieber vorher auf jeden Fall den Teil lesen, wovor ich dann den zweiten Teil lese. Da freue ich mich da auch sehr drauf. Bridget C. Sherry ist einfach eine wahnsinnig emotionale und großartige Autorin. Sie erschafft so nahbare Protagonisten, finde ich. Also ich habe immer so das Gefühl, ich würde die Protagonisten irgendwie so kennen. Und ich muss auch nicht lange, also ich brauche auch nie lange, um mich in die Geschichte zurechtzufinden. Also wenn ich irgendwie kurz aufgehört habe zu lesen, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie gerade unterbrochen wurde oder so. Und dann, bei manchen Büchern ist das so, dass ich einfach ein paar Seiten brauche, bis ich mich wieder in der Geschichte zurechtfinde. Und bei ihren Büchern ist das irgendwie nie so. Ich lese und ich bin direkt wieder drin in der Geschichte. Und sie berühren mich immer so sehr. Ich schreibe sie das einfach immer so toll. Ja, und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Ich freue mich dann sehr hier drauf. Ich werde euch hier nicht erzählen, worum es geht. Denn es geht immer, also ich habe einmal bei ihrem Buch den Klappentext gelesen. Und da war das halt einfach so, dass, also bei ihren Büchern ist das halt meistens so, dass die oft in ein paar Jahren, also in ein paar Jahre vorspielen und dann später, so ein paar Jahre später. Ja, und ich hatte da halt den Klappentext gelesen. Und da war dann dieses quasi, da war nur dieses später geschrieben. Das heißt, ich wusste die ganze Zeit bei diesen, vorher nenne ich das jetzt mal, was noch kommen wird, was passieren wird. Und das fand ich einfach so ein bisschen schade. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch jetzt nicht so wirklich so ein krasser Spoiler. Aber ich fand es einfach schade. Und deswegen habe ich mir einfach vorgenommen, ich werde jetzt bei ihren Büchern einfach nicht mehr den Klappentext lesen, mich einfach überraschen lassen. Und ich lese mir natürlich trotzdem immer Triggerwarnungen durch. Wenn die in Büchern drin sind, lese ich mir sie immer durch. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt dann auf dieses Buch hier. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich werde ich auch wieder weinen, weil bei ihren Büchern ist es bisher einfach immer so gewesen, dass mein Auge nie trocken, meine Augen sind nie trocken geblieben, glaube ich, bei ihren Geschichten, weil sie einfach immer sehr ans Herz geht und sehr emotional sind. Und ja, auf jeden Fall auch immer richtig, richtig toll. Ja, okay. Das war es jetzt auch schon mit meiner Leseliste. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon eins von den Büchern gelesen habt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, und sonst hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wollte eigentlich ja immer diese Frage vorab von dem Video stellen und nicht erst so spät. Aber ich vergesse es irgendwie ganz oft jetzt bei den Videos. Ich weiß auch nicht, was damit mehr los ist. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, wie gesagt, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen werden. Ich bin gespannt, was ihr vorhabt, im November zu lesen. Also schreibt mir das auch vielleicht gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir uns einfach so ein bisschen gegenseitig motivieren. Wenn Eme schreibt, boah, das habe ich schon gelesen, das ist wahnsinnig gut, lese es sofort. Und ihr schreibt mir, boah, ich möchte das und das lesen. Dann kann ich vielleicht schreiben, wenn ich es wahnsinnig gut fand. Boah, das ist richtig gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen. Vielleicht können wir uns so einfach so ein bisschen gegenseitig motivieren. Wäre ja eigentlich ganz cool, oder? Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, morgen Abend, eine gute Nacht, keine Ahnung, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen werden. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.